Und weiter geht es mit einer Bino-Reichen-Folge Hellblade 2. Ja, die Grafik ist wunderschön, ich weiß. Und wir machen hier weiter. Wir sind ja letztens hier den Drogen entkommen. Beziehungsweise sind zum Glück hell geworden. Aber irgendwas haben die heraufbeschworen. Und ja. Wir werden gejagt. Sobald's nacht ist anscheinend. Jetzt müssen wir erstmal mit unseren Kollegen hier, mit Jonas Franks... Mein Name ist Farkrimus. Ich komme aus einem Zettelung, nebenbei. Ich bin hierher, um Hilfe zu haben. Er hat fast zu sterben. Wenn der Drogger fallen, hat er fallen zu den Drogger... Und zu etwas anderes. Ich war into ein Massacre. Was war das? Und sie haben mich auch genommen. Aber er war nicht so, dass sie das. Warum warst du mit dem Polen? Was war Drogger? Ich sage den Drogger, sie mit der Drogger zurückgezogen. Sie mit der Drogger und der Blut. Und ich war ein Zettelung. Aber warum? Warum waren sie das? Es hat sie verraten. sind wir sicherlich? Ich sehe sie. Sie sind sehr ruhig. Was ist sie zurück? Die Schmerzen sind zu sprechen. Ich meine... Alle die Gäste haben diese Lande verlassen, so... Wir sollten uns auch gehen. Diese Lande ist kursiert, Sinua. Wir finden nur die Todes. Alle sterben. Und du wissen, dass sie dich verletzt werden. Wir tun. Was können wir tun? Ja. Aber nein, du heißt Jonathan Franks. Hör auf zu lügen. Aber irgendwo... Ja, ihr kennt nicht die Stimme von ihm. Synchronstimme kenn ich irgendwoher. Vielleicht weiß ja jemand von euch. Irgendwie... Ich weiß nicht. Aber irgendwoher... Sie ist kommt mir bekannt. Geh mit ihm. Er kann dir helfen. Wenn du mit mir kommst... Ich will dir helfen, wie ich kann. Aber ich muss dich warnen. Sie kommt mir sehr bekannt vor. Auf jeden Fall. Sie kommt mir sehr bekannt vor. Hast du dir schon Probleme, ne? Ohne mich wärst du nicht mehr da, Kollege. Die Umarmung wäre mal angebracht. Wir sind von Orkneer, von deinen Akzenten. Wie kamst du hier? Als Slave... Ich habe den Slave-Meister da unten. Er hat dich hier gebracht. Der Meister. Er hat sich gefesselt. Ich denke, er hat sich bei ihm befreit. Ich weiß nicht, dass er mich zu sein hat. Ich fragte ihn nicht. Thorkister von Borkoverki. Da. Wir müssen da gehen. Er weiß. Er weiß. Er weiß. Er weiß? Kannst du mir wie zu da gehen? Er weiß, aber warum wollen du da gehen? Ich würde dich töten. Wir müssen da gehen, Sedward. Er kann dir helfen. Er kann dir helfen. Wir zeigen dir den Weg. Nein, du kennst dich nicht. Was war der Name? Thorgester. Oh Gott. Oh, was ein Schreckliches Ding das ist. Dregobro war immer verrückt. Das ist schlimmer als ich gedacht habe. Ich glaube, dass mit Zeit, wir können unsere Lande zurückgehen. Er wollte das. Aber er glaubte es nicht. Er hat keine Hoffnung. Das wird... ...darker. Blöderer mit jedem Tag, der passen wird. Schau. Das Monster, Thorgester. Nein, er ist noch da. Was machst du, Senua? Sie wissen, was zu tun. Wir brauchen ihn nicht mehr. Was willst du über ihn tun? Nichts. Leave ihn. Ich brauche ihn nicht. Du kannst mir sagen, woher ich muss. Er lebt über ihn. Er lebt über ihn. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Er lebt. Ich kann es nicht tun. Es gibt etwas über ihn. Sie sah ihn. Nicht nur ein Monster. Sie sah ihn. Ein Ray of Light. Er ist evil. Es gibt keine Wahl. Es ist so dumm. Er ist nicht zu uns. Stupid. Sie ist zu retten. Der Monster. Der Monster. Der Wund sieht schlecht aus. Ich will nicht zu sprechen. Wenn du meine Hospitalität anstattest, dann kann ich es behandelt. Du wirst nicht weit weg. Ich werde mit dir kommen. Aber das ändere nichts. Ich will keine Gratitude von mir oder meinem Vater. Wie kann ich? Sie haben noch nicht gesagt, was sie ist. So viele Fragen. Sie ist ein Giant. Sie wachsen in der Sonne. Er ist ein Giant. Aber sie hat eine Hilfe. Fagrima kennt diese Land. Viele haben versucht, sie zu retten. Aber sie haben nicht zu retten. Sie sind ein Gott. Vielleicht können sie töten. Aber diese Lande sind nicht. Sie sind ein Giant. Sie sind ein Giant. Sie sind ein Tag und ein Nacht. Sie denken. Sie können, dass es zumindest ein Tag ist. Aber Sie wissen. Die Nacht werden länger. Und in der Winter. Sie sind kein Tag. Sie sind ein Tag. Sie sind kein Nacht. Das klingt... Klingt nicht gut. Es klingt auf jeden Fall nicht gut. Ja, ich glaub, der wird uns aber noch irgendwann nützlich sein. Ich habe meine Settlemente, wenn die Nacht fallen. Sie trompen unsere Hände und töten, was die kleine Leidenschaften wir haben. Wir sterben. Warum nicht Sie weg? Wir haben versucht. Sie haben verloren. Es ist egal, wie wir die Nacht fallen. Und wir haben die Kinder hier. Die Menschen, die zu schwer zu gehen. Wir sind verletzt. Ich dachte, die reden jetzt noch irgendwie. Aber irgendwie ist gerade Ruhe. Ich war gerade voll in meinen Gedanken irgendwie. Ich war gerade Ultra in meinen Gedanken. Aber da hinten wird doch wieder... Da wird es nicht besser aussehen, ne? Oder? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, wer wird denn hier leben wollen? Ich weiß nicht. Ich Head�� nicht, ich habe카라. Es ist eine große Schütze. Was noch denn aussehen? Ahh, welche Freude sind? Ja, welche Menschen sind da raus. Und backớet? ganz gut Vor. Ja, reiß dich mal zusammen, Kollege. Ich versteh's auch nicht. Wenn hier so Kreaturen sind, da sollte man sich verbünden. Da werden Feinde Freunde. Da werden Feinde Freunde. Soll ich einfach weiter, oder? Er erinnert mich irgendwie, wenn man sich ihn mal anschaut. Eben erinnert er euch. Irgendwie, ich weiß nicht, er hat irgendwie was im Gesicht irgendein Engländer oder so. Und auch ein bisschen was von Iva, der Knochenlose. Und der hat schöne schwarze Adern. Ich hab gesehen, wo du ihn geschaut hast, Kollege. Ich geh mal allein los. Was? Was ist es? RISING FROM BENEATH THE EARTH. Er weiß. Er kann es auch sensieren. Kannst du es fühlen? Kannst du? Kannst du es fühlen? Sie kann es fühlen. Sie bringt das Rage. Wait. Sie ist hier. Sie ist hier. Ich dachte abends. Ich dachte, diese kommt abends raus. Alles klar. Nicht zurückschauen. Da lang. Ich habe keine Ahnung, ob hier alles so richtig ist, aber es gibt noch einen Weg. Ist schon wieder abends? Die Tage sind echt sehr kurz. Sagt ihr, die Nächte werden länger? Ja. Wo lang? Da hoch? Okay. Und wir sind jetzt aufgeteilt. Wo sind die anderen? Oh. Oh. Ja, hau ab. Oh. 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 Na echt? Das hat wehgetan. We can see how she knows you. What does she die? He is helping us. You saved him, remember? Stop thinking. She will not spare you again. Go. She's coming back. Alright. There are some wills so strong they dream a new world. A hell of their own creation. And they will not sit lonely in that nightmare. If you wake the dreamer, does the nightmare die? It is a monster. It is a monster. It is a monster. We are not safe yet. Where are we? Make him explain. What is happening? Who is she? When the volcano erupted, it tore open the wall between this world and the earth and I. Now this world suffers too. The giants came flooding from the east, killing and eating whoever they could lay their hands on. Now some of us, we hide. You have to fight, not hide. Make defenses. Struggle on. And some of us, use others to stem the tides. Others? What do you mean? Tell her, tell her, Thorgister. Tell me, tell me. Shall I tell her what your father's been doing? What else is there to do, Fagrimmer? We found a way to keep our people safe. He was part of it too. He believes. Your people are dying. Because there is no other way. Tell us, tell us. What are they doing? The gode of Borkervirki is using slaves. Slaves from your lands. Sacrifices. Sacrifices. He's offering them to the giants so that his people will be left to take them. This innocent people. Evil. This stops now. Is a monster. You can't stand alone against us. You have naughty hands. He does not see, but he can see. His darkness is evil. We can show him if he's a monster. There is another way. There is always another way. The Toga has you marked now. If you try to leave the Red Hills, he will hunt and kill you. No. Then I will kill her first. See, she can't be killed. It's impossible. I have killed a god, Fagrimmer. Nothing is impossible. No. There is no way. He is right. We cannot kill the giant. The gods cannot be killed. You can't. You deserve this. Why did you come here, Senua? To stop the slavers? I thought you were helping them. And now you are stranded. You can't stop them. You can't kill the giant. You can't stop them. I will. I will kill the giant. They told you so. You have seen it. You have failed again. Sorry. I will die again. So should all the soldiers destroy you. I will find a way. No. There is no way. Ich werde immer hier sein, um dich zu erzählen, dass du deinem Platz kennst, um dich zu verhindern, dass du deine Ideen in deinem Kopf bekommst. Warum sehe ich mich hier doppelt gerade? Seht ihr das? Habe ich da gerade irgendwas verpasst? Ja, warum bin ich da nochmal? Ich glaube, ich habe da irgendwas vercheckt. Einen Augenblick mal. Aber schlagen kann ich nicht, ne? Nö. Hätte ich mir die Backel anschauen sollen? Habe ich da direkt einen Fehler gemacht? Warum bin ich da links nochmal? Ihr seht das doch auch. Hä? Irgendwas scheint ich zu übersehen. Aber was? Oder muss ich da links jetzt wieder lang? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist nicht ein Weg zurück? Oder hat der Weg sich jetzt geändert? Nee. Hä? Wollen die mich gerade irgendwie... Keine Ahnung. Ich sehe keinen anderen Weg. Wenn wir hier direkt wieder hochnähen, ne? Wenn wir hier direkt wieder hochnähen, ne? Ja. 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 Hier sind mehrere Wege. Ich weiß nicht. Ich schaue mir mal kurz alle drei Wege an. Das oben sieht sehr bedrohlich aus, aber vielleicht ist genau das der richtige Weg. Du kannst mich nicht schützen. Du kannst mich nicht schrauben. Alles klar, es heißt, nicht ins rote Licht. Es hätte ja sein können, dass man genau das machen soll, sich den Ängsten stellen. Aber nein, da habe ich ein bisschen zu weit gedacht. Kämpfen. Äh, 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 äh. Nächster Kollege. So wird's gemacht. Okay, ich balsch. Was mach ich denn da auf einmal? Ja. Ja, gut, dann benutzen wir's halt. Wenn du mal hörst, hörst du mir, Senua. Ich spreche für die Gedanken. Der einzige Weg, die es zu empfehlen, ist mit dem Handeln. Die Straßen und die Blüte füllen die Schügel mit Blüten. Die Torch. Du kannst nicht mehr machen ohne die Torch. So, schauen wir mal hier. Okay. Vorhin war es die Mitte, dann wird es jetzt rechts sein. Nein. Wieder die Mitte. Die goldene Mitte. Hast du gehört, Kollege? Oh. Ist da hinten was? Schädel oder so? Naja, ich würde sagen, das war es auch mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao. Ciao.